Und warum bist du bei den Kuhlstreichern dabei? Was gefällt dir da so am meisten bei? Also bei den Kuhlstreichern gefällt mir am meisten, dass wir hier halt auch so verschiedene Sachen machen und dass es alles sehr Spaß bringt, auch mit der Choreografie und dass wir halt so zusammen eine Gruppe sind. Choreografie, das klingt nach Tanzen? Ja, also auch. Klassik und Tanzen? Ja. Werden wir das gleich sehen? Ja. So. Willst du das ansagen, was ihr gleich macht? Kann ich machen, nein. Mach das doch mal. Wir machen jetzt den ungarischen Tanz Nummer 5 von Johannes Brahms. So. Es wird in der Tat getanzt. Und zwar tanzen Antonia und Luca. Vincent spielt das Cello-Solo und Charlotte das Klavier-Solo. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aplausos 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 Aplausos